Die Familie Zani dominiert diesen Staat, wie keine andere Herrscherfamilie einen Staat weltweit dominiert. Man darf sich von dieser Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. Deutschland hat ein Energieproblem. Doch es gibt ein Wundermittel, sagen manche. Wasserstoff statt Gas als Lösung der Energiekrise. Die alternativen Antriebe haben in unserer Branche eine Zukunft. Der Bedarf ist natürlich potenziell geradezu unendlich. Hype oder Wirklichkeit? Eine gemeinsame Recherche von MEX und hr-info fragt, wie weit ist Hessen beim Thema Wasserstoff? Diese riesige Halle voller lauter Maschinen gehört zur Papierfabrik SET im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim. Und nicht nur das 500-Grad-heiße-Trocken-Föhnen des Papiers, ganz am Ende ist energieintensiv, erklärt uns SET-Geschäftsführer Thorsten Becherer. Eine der Papiermaschinen verursacht nach den Daten, die mir vorliegen, ungefähr 1% der Emissionen der Stadt Wiesbaden. Allein das SET-Werk hat insgesamt 4 dieser Maschinen. Damit entstehen z.B. tonnenweise dieser Papierhandtücher. Insgesamt stößt die Papier- und Zellstoffindustrie in Deutschland so pro Jahr 5,4 Mio. Tonnen klimaschädliches CO2 aus. Doch wenn es nach Chef Becherer geht, ist damit bald Schluss. Wir sind der Marktführer. Und als Marktführer wollen wir vorangehen und unsere gesamte Produktion CO2-frei machen. Statt Erdgas will SET in Zukunft Wasserstoff verwenden. In das Projekt haben sie insgesamt 4 Mio. Euro investiert. Einen Teil davon gab es als Förderung vom Land. Die Geschichte des CO2-freien Papierwerks klingt so ein wenig nach Wundermittelwasserstoff. Doch ganz so einfach ist es nicht. Wenn ich aus Erdgas Wasserstoff mache, um den dann zu entnehmen, um Erdgas zu ersetzen, ist es ein bisschen bizarr. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Sinn macht der Wasserstoff ja nur an der Schnittstelle, wo er die Erneuerbaren, die ja eine Fluktuation haben in der Erzeugung, wo er im Endeffekt die Spitzen abschneidet und speichert. Was er meint, sehen wir hier ein paar Kilometer weiter. Denn um Wasserstoff zu gewinnen, braucht es Wasser, Strom und eine Apparatur zur Elektrolyse. Nur wenn der Strom aber aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, handelt es sich um sogenannten grünen Wasserstoff, der nicht dem Klima schadet. Im Energiepark Mainz machen sie das vor. Diese Windräder produzieren Strom, der später, umgewandelt in Wasserstoff, gespeichert wird. Zum Einsatz kommt der Wasserstoff z.B. im öffentlichen Nahverkehr, erklärt uns Jonas Eichinger von den Mainzer Stadtwerken. Wo wir schon substanziell Menge absetzen, ist an der Bustankstelle in Wiesbaden, wo die Mainzer Verkehrsbetriebe mit den Wiesbadener Verkehrsbetrieben zusammen eine Betriebstankstelle errichtet haben und auch inzwischen schon 11 Wasserstoffbusse im Einsatz sind. Doch Wasserstofftankstellen sind in der Praxis noch die absolute Ausnahme. Dabei werden sie gebraucht, MEX in Fulda bei der Spedition Zufall. Ihre schweren Lastwagen können bis zu 40 t transportieren. Aus den Auspuffen solcher Fahrzeuge kommt etwa ein Viertel der CO2-Emissionen im gesamten Verkehrsbereich Deutschlands. Das Wundermittelwasserstoff könnte auch hier eine Lösung sein. Die Tankstelleninfrastruktur, die muss gegeben sein, dass unsere Autos immer im gewissen Rhythmus tanken können. Sobald die Tankstellen da sind, geht es los. Was beim Spediteur sehr optimistisch klingt, ist in Wirklichkeit noch ein gutes Stück entfernt. Martin Hillebricht und seine Kollegen der Firma EDAG wollen in einem Modellprojekt zunächst 30 mit Brennstoffzellen betriebene Wasserstoff-Lkw möglichst schnell auf die Straße bringen. Anders als beim normalen Auto haben Wasserstoff-Lkw Speichertanks gegenüber der Elektrovariante Vorteile für die Industrie. Das sieht aber anders aus im Bereich der Nutzfahrzeuge, wo es darum geht, große Reichweiten zu erzielen, wo es darum geht, schnell zu betanken. Das ist der Unterschied zwischen dem Nutzfahrzeug und dem Pkw. Trotz dieser Beispiele, es bleiben allesamt Modellprojekte. Für René Rock von der FDP liegt das an einer verfehlten Strategie der hessischen Landesregierung. Die Industrieunternehmen müssen die gesamte Energieerzeugung auf Strom umstellen. Man darf nur noch mit Strom heizen, also alles nur noch mit Strom. Und das ist die klare Vorgabe. Und Wasserstoff setzt man nur noch da ein, wo es physikalisch gar nicht anders geht. Das nennt man Champagner-Strategie, indem man eben sagt, das ist so wertvoll, Wasserstoff, und so teuer, dass ich es nur dort einsetze, wo gar nichts anderes mehr geht. Und das ist aus unserer Sicht natürlich völlig falsch. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sieht das naturgemäß anders. Als Ursache des noch zu lahmen Fortschritts beim Thema Wasserstoff nennt er vor allem einen Grund, Geld. Wir können nicht Millionen und Abermillionen an Fördermitteln in diesem Bereich ausschütten. Das würde jedes Land überfordern. Wir machen das in bestimmten Situationen. Also SET beispielsweise haben wir ja gefördert als Pilotprojekt, um einfach mal zu zeigen, geht so was. Aber am Ende müssen wir in die großen Fördertöpfe der EU und des Bundes rein. Zurück zur Papierfabrik SETI. Dass diese Fabrik auch ein politisches Vorzeigeprojekt ist, liegt vor allem daran, dass sie sich hier schon für Wasserstoff interessiert haben, als es noch genug Gas gab. Für alle anderen müsste verfügbarer grüner Wasserstoff jetzt wie ein Wundermittel aus dem Boden schießen. Und das tut er nicht. Man darf sich von dieser Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. Katar ist sehr widersprüchlich. Ich denke, Katar hat es geschafft, sehr viel Einfluss zu kaufen. Und wenn sie einmal angefangen haben, ist es sehr schwer, das wieder zu stoppen. Katar ist tatsächlich der Weltmeister im Aufbau von weicher Macht. Katar hat damit genau das erreicht, was es wollte. Katar ist sehr wichtig. Katar ist teξ der finns im Aufbau von weicher taoismus duck��. Untertitelung des ZDF, 2020